Hallo ihr Lieben, ich bin bei Mikes Frittenecke. Hinter mir ein Imbisswagen. Mike, was hat der Imbisswagen damit aufgetragen? Ja, also mit dem Imbisswagen werden wir dieses Jahr auf Pütz ins Markt gehen. Bekannte Großkirmes hier im Bonner Bereich. Wir wollen uns da mit unseren Würstchen ausstellen und unsere Pommes-Shirt vermarkten. Und 5% vom Reiner losgehen dann zugunsten von den Hexenreitern Bonn-Boll, die dann mit dem LS die Deutsche Krebshilfe Lebe Krebs und die Lichtblicke e.V. unterstützen werden. Wie bist du auf die Idee gekommen, die zwei Vereine auch den Hexenreiter Bonn-Boll zu unterstützen? Ja, wir sind schon aus dem Gespräch gewesen, haben auch schon die ein oder andere kleinere Aktion mit angrillen, abgrillen und sowas. Und unter anderem zusammen gemacht und haben gedacht, jetzt ist es mal an der Zeit, um etwas Größeres zu machen. Denke ich, da kommt dann Pütz ins Markt gerade recht und damit ist allen Seiten vielleicht geholfen. Ihr habt es gehört, Pütz ins Markt, leckere Würstchen und Fritten, wo stehst du? Marktstraße 68 und Kinderkorrezel soll direkt daneben stehen, also Familien sind da herzlich willkommen. Wir haben auch familiäre Preise und natürlich super Qualität, wie ihr aus der Fritten-Ecke gewöhnt seid. Das heißt, vorbeischauen, probieren und dann schmeckt das. Genau. Und es ist für einen guten Zweck. Super, danke. Wenn ich es sage, responder zu ja, mit dem Schatten! � Punk Palm Mark Saal Vielen Dank.